Ich spüre eine starke Erschütterung der Macht. Ich habe gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle. Seid ihr euch sicher? Nein. Grüß Gott. Lord Vader, euer Besuch ehrt uns. Welch unerwartetes Vergnügen. Abschieben, abschieben, abschieben. Ich versichere Ihnen, Lord Vader, meine Männer arbeiten so schnell sie können. Wir sind der Auffassung, dass Zurückweisungen an der Grenze erfolgen müssen. Dazu brauche ich mehr Männer. Ich kann das nicht auf den Sankt Nimmerleins-Tag verschieben. Kulti, Kulti ist tot. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Befreie dich vom Hass. Ja, jeder Mensch darf Träume haben. Diese klare Übereinkunft erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern weiterführen will. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Niemals. Ach, Wiederschauen. Nein.